4 Augen zerstören Ist der Karnibus ein riesiges Gehirn oder ist? 4 Augen zerstören 4 Augen zerstören 5 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 Augen zerstören 6 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 Augen zerstören so, haben wir sogar geschafft ich wollte gar nicht sagen, irgendwie komme ich denn lang so, da oben hier haben wir was anschlagen bringt nix, okay terminator will wieder von mir und dann auf die ganze Zeit oh watch oops what's the worst with you? hmmm oh yo, was geht ab? oh, trumpets this shit here oh okay oh 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 no hmm the wichser oh 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 haben wir noch einen kleinen muss ich das still mal muni hallo muni so da ist ein level äh hm da haben wir noch einen kleinen bösenatz den ich aufschlitzen kann schade ich guck grad ob ich unbedingt kann wegen meinem level aber ne hier vielleicht da haben wir noch das leben das gibt mir erstmal muni ja 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 net Oh. Dann ist die Seele bereit für die Extraktion. Ja, weiter nach oben kann ich hier nicht. Schade. Ja, schon weiter nach oben. So werde ich so da sumpsen. Okay. Dann fahr mich mal nach oben, Scotty. Beam mich hoch. Aha. Ich meine, da ist mein Tor los. Ne, wir haben gar keine Tore mehr. Wir haben alle Tore erledigt. Da ist dann nochmal so eine Herausforderung. Okay. Wir holen mal den kleinen Ficker erstmal. Was ist der denn da hinten? Hey. Touch the... Hmm. Futsch und um. Und zack. Noch ein Waffenpunkt. Zwei sogar, oh. Nett. So, Leben haben wir genug. Okay, was haben wir hier noch? So, jetzt muss ich hier erstmal rum, um... Ah, ich verstehe. Hier aufzumachen, wie es scheint. Oder nicht. Achso. Hallo? Hm. Hm. Wo ist denn da hin? Ganz blöd gefuckt. Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Verstehe es nicht. Weil das Tor ist immer noch zu. Jetzt habe ich aufgemacht. Oder kann ich da durch? Bei so ne Art Gang. Schau mal. Ne, schauen wir nicht. Die dürfen da nicht strahlen. Oh, 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 oh. So, jetzt haben wir da... Können wir denn da? Ach so, da hinten. Hier ist ein Weg. Loll. Och nicht schon wieder, ey. Können Sie dir da? Die Verwadultur humanos. Ach so. Die Verwad joints. Verwad filter. Ja, die ist dann Bye. Und wir werden das noch so addeiges, das wird mir gefallen. Oh Jum 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 Er ist gestorben hier Felixer Oh, da wollte er sich nochmal wehren Matt mit mir, mein Freund So Nun komm mal her So Es ist aber auch nirgends sowas Dann Ski rein Mal ganz blöd gefragt Ja Wir stellen was zum abballern Na Keine Ahnung wie ich da ran kann Ich Keine Ahnung Ach, jetzt ist hier offen oder was? Toll Wir mussten hier plötzlich offen Okay Ja 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 Keine Schüsse mehr Natürlich doof für mich Eigentlich aber Wir kriegen ja eh hier noch einen Schuss Von daher Sollte das jetzt mal passen So Was haben wir denn hier noch Wir sind ja fast am Ziel Da Sack Sak Patsch! Patsch! Oh, Terminator ist erledigt. Zack. Ach nein. Hm. Da sind hier die kleinen Fischte. So ein bisschen Money. Über dem Tod. Oh, guck mal, ja. Die hab ich doch besucht. Ich seh nix. Oh, ist die Hacke, Peter. So. Ich seh nix. Wie sicher Schaden. Wie. Und zack. Hacke, Peter, wieder mal. Sobald der Geist gebrochen ist und man genug Schmerz erledigt hat und der Mensch alle Hoffnung verloren hat, wird er zur Extraktionskammer überstellt. Mensch, warte denn. So. Und alles. Ach, hier kommen wir jetzt auch noch Money. Ist ein riesiger Weg. Weg. Ich denke schon, wenn ich randkomme, oder? Was ist der da? Der ist hier, ne? Da ist er. Da ist er, aber... Da ist er. Ich da irgendwie hin. Und da. Ersten Level. Okay. Schabe Idee. Ha. Abgeklappt. Der war gut. Der war gut. Hey, hola. Ich bin hier. Sehr schön. Easy. Easy, easy. So. Arsenal. Haben wir. Was haben wir denn hier? Ein kurzer Abkriegzeit nachfeiern. Klingt doch schon mal nice. Gut. So. Arsenal. Da kommen wir noch was Verbissern, glaube ich, ne? Theoretisch. Na ja. Ich hab noch mal alles frei. Nutzen wir zwar eh nicht, aber was soll's. So. Hier noch mal Tolles. Hallo. Oh. Ah. Ich musste sowieso hier lang. Okay. Warum du hast richtig den richtigen Weg gegangen? Wie? Ich bin hier angekommen. Ich hab noch nicht gesehen. Ah. Egal. Es sind eins, zwei, drei Sachen gegangen. Genau. Die drei. Eine Figur war dabei. Oh nein. Gut. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Ja. Das war's schon. Oh. Cool. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.